Hallo Leute! Der Tatsack von Schalk, den Kumpel, ist hier und ich spiele heute ein neues Spiel. Das nennt sich The Lonely Dark. Ja, das ist ein Exploration-Spiel, das auf Steam rausgekommen ist. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir einfach nur gedacht, das brauche ich unbedingt. Und ja, ähm... Oh, okay. Sorry, ich glaube, das ist schwierig. Das ist ein Exploration-Spiel. Story-Mode ist vorerst nicht verflügbar. Choose your experience. Achso, das ist Difficulty. Voyager, Stalker... Nope, ich bin nicht über... I'll turn one to alpha, and I'm gonna like the change of time. Okay, ja, wenn ich erstmal... Hat ich Mann oder Frau? Hm, alles. Ne, Spaß. Ich bin hier. 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 Mysterio-Stirror. Blablabla... 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 Wie lange ich kann, was ich verflutte? Warum es den Frame-Rate angeht, der kommt vorne? Press any key, zu continue. Wir sind dort. Life is an Error making an Error correcting process natural, okay? Okay. Oh. Oh, shit. So, okay. Control kann man crouchen, und dann Shift kann man ran, okay. Vielleicht kann man mal an der Straße, aber ich wollte Ahnung haben, wo ich angehen. Fuck, man, hab die Grafik. Sieht geil aus, wirklich. Ja, aber ich wusste halt, dass... Ach so, okay, gut. Das sind Koordinaten. Jedenfalls, was ich sagen kann, ich hab... Mir gefällt die Grafik von dem Spiel richtig arg. Und, ähm, um da... Und ich wusste, dass das Spiel, ähm, um Eis und so handelt, um... Und um die Atmosphäre dann ein bisschen noch zu verstärken, hab ich bei mir grad im Zimmer alle Fenster aufgemacht. Ich bin... Ich vergesse immer wieder das Kaupferd zum... Kaupferd zum... Waterfront Kaupferd zum... Waterfront Kaupferd zum... Darts... Oh, mein Gott. Wer will jetzt was von mir? Ach, der... Oh mein, das sieht aber cool aus, ja. Hope nobody needs this anymore. Hm... Was ist das, Herr Sprint? Können wir uns das auf Tinder? Ach so, das ist ein Anzeichen. Nichts. Können wir uns das auf Tinder? Ja, zum Verbrannung. Oh, die Geräusche. Was haben wir hier? Ein Haufen... Zeitungsmobier, das ist was wir hier haben. Ein Toaster. Das ist so... Rich... Rabbit... Oh, okay, ja. Puh, es zwingt langsam an, hier auch bei mir, es ist kalt zu werden. Das ist Raw. Hm, okay. Gut. Nichts. Scheiße. Hm, schon, schon. Hinten irgendwas. Nope. Oh, die Geräusche. Oh, der Song von Nöten. Das Spiel ist auch richtig cool. Nope. Nicht wirklich. Ja, das hier wird jetzt erst so ein... So ein... Wie sagt man es? First Impression Video. Oh, ist das ein Plasmafernseher? Kann man überhaupt springen? Nee, irgendwie nicht. Jetzt müsste ich noch mal in die Controls gucken. Aber ja, das ist hier alles bloß ein First Impression Video. Und... Ach so, jetzt. For some reason ging das nicht. Noch will das noch nicht machen. So ist guting seeing es in der Hand. Okay, ach so. Zeug es kommt ein hier könnte ich eventuell und und gut auch nachdem da ist nicht ein tolles Wort Oh, ja, das ist gut. Oh, okay. Oh, okay. Designed for Cold War. Okay, yeah. Oh, ne Skydacker, damit ich die Informationen werden soll. Was ist denn hier? Hoffnung, tut mir leid, wenn... Ich könnte das benutzen. Es ist dumm, dass es hier noch in Englisch ist und ich nicht ganz... Ich leider kein Master in Englisch bin. Oh, mein Gott. Oh, okay. Oh, komm, ich lasse mich. Ich nehme an, ich hab' einen Inventar. Ich probier's jetzt mal. Oh, ja. Ah, ich hab' einen Inventar. So, nein. Ich hab' einen Inventar, ich probier's jetzt mal. nicht und dort ist es ja richtig kalt Das ist aber in keiner guten Condition. Ja. Okay. 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 Also ja. Ich könnte vielleicht ein bisschen rausgehen. Wenn es da noch ist. Ihr auch Doris. Ja, ich weiß. Spann. Cool. Natürlich. Hey, nicht rutschen. Das hier ist jetzt eigentlich bloß ein First Impression. Ich kann gar nicht... Hat mich extra beschäftigt gestellt. Sorry, aber hier ist gerade irgendjemand, der nicht die Insta anschreibt. Saved Game? Ich hoffe, dass keiner mehr braucht. Ich hoffe, dass keiner mehr braucht. Die Spieler-Potential haben. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass die... ... dass die Developer hier gerade... ... richtig arg am... ... am Spiel selber schon arbeiten. Was haben wir hier? Ja. Und... ... nichts. Oh, Wasserflasche. Perfekt. Wasserflasche brauche ich noch. Ja. Jetzt wollen wir an, um für kalt zu werden. Okay. Okay, ja. Rufen. Was ist denn Rufen? Nichts. Okay. Hey. Was ist denn Nicola Pelle? Was ist denn das? Dogfood. Das wird in Hande kommen. Das ist Bad, aber... Hm, ja. Wahrscheinlich. Ich meine... Das mit dem Dogfood hier, das... ... das würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn... ... wenn ich wirklich mit nichts da... ... dagelassen wäre. Wenn ich wirklich nichts mehr hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch Katzenfutter essen. Oh, nice. Ein Schal. Warum kann ich das nicht erstanden? Ich hab schon nicht was schon davon aus. Oh, gut. Keine Brilliant Construction Site. Steel Toad. So, mit einem Stahl sozusagen. Ganz sonst aber nichts. Ja, das ist jetzt ein Haufen hier rumfallen. Oh, Cotton Stacks. Nice. Ach, die Hände. Ich könnte das benutzen. Ich könnte das benutzen. Ja, toll. Was? Die hast doch schon. Hab ich dich schon gebraucht? Nichts. Das ist jetzt halt hier drauf und rumsuchen. Nichts tun. Moment. Erstmal hier alles equipment. Das ist nie. Nichts. Ach, das ist eine Dusche. Das ist ein Blumenklar. Ich hoffe, dass niemand das überhaupt braucht. Ja. Wahrscheinlich. Orange Soda. Okay. Ja, ich würde nicht heißen. Ist... Ist... Stich. Ach so, okay. um so dass er so kann nichts in der Tat es ist gut ich kann mich immer gern wissen was macht jetzt schweiz und sich nicht Das ist ein Seh, nicht wahr? Dann geh ich nicht drauf! Not riskiert! Oh, das ist ein Seh, nicht wahr? Ja, so... Ja, nicht! Hm, ich verwechsel immer die Crouching Shift-Taste! Kann man nicht springen? Das ist dumm! Ich muss mal gucken! Du wirst nicht! Nee, wirklich, dass ich glaub, was gehört hab! Ah, okay, wenn immer, wenn ich ein Haus reingehe, dann muss ich das! Nee, nee, nee! Hat das ein Ofen? Irgendwie, das war ganz lustig, wenn es einen Ofen hat, einen normalen... Also, nicht im Sinne von Ofenmä... Ach, ja, noch so ein Ofen... Das passiert nichts! Kaug ich mal das! Ding, da, wo war das? Was ist das? Ach so! Ähm... 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 Oh, okay... Ja, ich brauche einen normalen Ofen dafür... Scheiße! Das ist gar nicht gut! Ich hab ja eigentlich... Ich hab's ja eigentlich... Ich hab's gut ausgefunden... ...ver... Das ist schon... Okay... Wow! Holy... Oh Gott! Oh Gott! Well, the weather change quickly! Eh... Ah, scheiße! Hm... Ich glaub nicht, dass so eine gute Idee ist, was geht! Ich geh wieder rein! Oh fuck! Huff! 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 Das wird in Händecaselamation gab! Wann kommt mir sicher das? Null Ahnung, was das ist, aber haben... Scheiß drauf. Okay, ähm... Wait a second... Ich könnte ja schon mal schlafen... Achso, ja, IH! Wait a second... Sorry, wenn ich hier grad, ähm... Sorry, wenn ich hier grad immer noch am rumsearchen bin, aber ich hab null Ahnung, was die Controls sind. Aber ich mein, das ist ja das erste Pressure-Video, bevor ich hier... Ähm... Ja... Ja, losgehen. Ach, es ist 3 Uhr? Das... Oh, achso, dann mach ich erst am Nachts auf. Nee, komm, ich warte mal noch mal. Der Fokus hat... Ich hab nicht... Es erstaunt mich nicht, hier in einem Alpha mit einem Alpha zu gehen. Ich mein... Es... Es ist doch wohl nicht das Wichtigste hier, Schatten zu haben. Kann ich hier kein Licht machen? Hm... Ich hab kein Licht... Ich hab kein Licht... Ich hab kein Licht... Oh, da hab ich nicht gekochen... Gar nicht... Nichts... Nichts... Und mir wird immer fucking kälter... Oh, nice... Nee, wirklich... Ich hab mir so richtig fuckt mit Arsch-Kalt hier grad... Oh, scheifell sei nichts. Oh, scheifell sei nichts. Ich hab gebrochen eine Tür. Nichts... Äh... So, dann rufen wir ein nimmst ein container, aber das ist ein Scheissdreck. Soll ich erstmal was hier was da raus ist... Nichts. Ich könnte das hier benutzen. Ja, ausprobieren... Ja, in-düte. Was machen wir mal? Halt an die Barschecks. Hauptsache es ist useful. Es ist nicht so leer. So. Ist da nur noch der Schmiersturm draußen? Scheißdreckling. Ich glaube ja, oder? Oh ja. Oh. Nope. Nope. What's going on there? Wenn ich in so einer Situation wäre wie der arme Kerl hier, ich würde wahrscheinlich in wenigen Tagen verdanken. Das ist aber hier. Das ist eigentlich nichts verwunderliches. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil der Leute heutzutage leider an die Technologie gewöhnt ist und so. Und ich sag nicht, dass Technologie was schlecht ist. Auch wenn ich ehrlich bin, manchmal da... Eine, eine, eine und eine. Ja, sie ist schlecht. Oh, komm. Wie soll ich das erstmal... Einen, 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 einen... Einen, einen. Okay. Wow. Und ich kann nicht noch das sehen. Und ich kann nicht noch nicht mehr sein. Aber, das ist, wenn ich sage! Ich kann nicht noch keine Säte mal wieder nehmen. Und ich kann nicht nicht mehr wissen, was ... es ist eigentlich Wander PM ist doch passen mit Patten es ist jetzt ich weiß es genau nicht Prozent ja schlafen schon mal ob es ein Wetter dann vorbei ist dann kann ich auch lernen Sitz nach auch wo ja 1 er ist nach der Schicht die hier wird er jetzt aufgarten die kommt und ich meine wohl großartig ja aber ich sehe gar nicht das heißt ja meint die Antti die Antwort auf meine Frage ob das irgendwie Tag oder Nacht mehr ja es ist Nacht und ich sehe nichts mehr das ist nicht so wie in dem echten Leben wo ich wahrscheinlich jetzt leichter aussehen könnte mit dem Bissl Licht das hier ist aus schon mal wie ich da auch was sehen kann noch nachdem zu sehr ich gehe da rein Puh Arschkalt okay ja ich gehe drauf verdammt oh achso ich bin kann ich jetzt noch schlafen nein ich habe da wirklich was gehört da was war das schlafe ich bis 8 ich gehe so was meinten für mich vorsichtig an ja das hat sorry wenn das selten wenn das jetzt langweilig ja so war es und die außen ich muss auch auch gerade ist es immer noch haben wo ich will nicht rausgehen weil ich weiß dass dann gleich wieder ich habe keine ahnung wie sich das gerade anführe hier in diesem spiel in diesem arschkalten wetter im spiel und hier ist mit einem fenster offen im arsch mit einem arschkalten wetter im Zimmer das ist eine böse kombination nein was ist das denn ist was please let me get to that whatever that is oh god fuck man scheiße oh god oh god oh fuck ja das ist ja das ist ja der arsch scheiße das ist ja der scheiße das ist ja der rückwärter ja ich bin ganz schön oh fuck oh no Dehydrate ich muss schon wieder was saufen ich bin eine wenn jetzt irgendwie in den Walshörnungsform ich hab ich hab ich hab von dem Trailer gesehen dass von den Trailern gesehen dass da weit wir drin sind das gefällt mir gar nicht was ist denn das? Der Zaun? Scheiße oh Gott meine Kalorien gehen da Arsch mäßig runter und war ich die schnell war das jetzt Eiskrachen oder was? Eisknacken oder was? Was ist das jetzt Eiskrachen oder was? Eisknacken oder was? Dude das Eisbracht Fuck Captain I'm so close Please let that be something Hope nobody needs this anymore Straubahn Eis Oh und den Ofen wie ich brauch Oh fuck Friesing Heiße Mouth so dry Ja Sorry Scheiße Fuck 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 Nee, komm. Das ist weiter weg. Das sieht mir nicht so aus, als ob es heil wäre. Deshalb gehe ich lieber zurück. Komm, mit dem Wind im Rücken. Das geht doch sicherlich ein bisschen schneller. Ich bin so kalt, ich bin wieder aufgewachsen. Das ist ein ... Oh, nein, das ist ein ... Oh, Gott, ey. Das ist ein bisschen ... Kleines bisschen! Kleines bisschen! Kleines bisschen! Fuck! Scheiße! Warum kann ich das nicht aufmachen? Oh ... You've got to be kidding me! Okay, so geht's. Nope, failed so hard. Gott! Die müssen definitiv sprungenehmen, weil ansonsten kann es ja nicht weiter. Dann geh rein! Geh rein! Fuck! Okay. Okay. Okay, was kann man? Ich hab' nebergen ... Ich hab' ne white matches! ist der hat die hat sie nicht zum feuer zu machen schweizplätze rufen bringt auch nichts ja, ich denke, ich habe genug aufgenommen ja das halt, ja, ich beende das Video dann hier jetzt und ja fragt mir in die Kommentare doch, wenn ihr LP davon wollt und ähm, ja ich denke, ja, das war's dann bis zum nächsten Mal ciao dann